Heute hier mit Team Bielefeld, das ist Marmen Rasputin. Stell mal die Jungs vor, wen hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht meine Wenigkeit selber, ich habe mitgebracht den Gasper, ich habe mitgebracht den Elch, der heute richtig Elch geben wird und ich habe mitgebracht den Timi Hendricks, ein richtig schlimmes Team. Boom. Okay, wisst ihr schon gegen wen ihr antreten werdet und wie malt ihr euch eure Chancen aus heute? Wir treten gegen Stuttgart an, nachdem uns drei andere Teams genannt wurden, gegen die wir eigentlich hätten antreten müssen. Aber wir werden Spaß an Stuttgart haben, wir sind ein starkes Team, wir sind hierher gekommen, um unser Bestes zu geben und was wir uns ausrechnen, das zählt gar nicht, weil das andere ausrechnen werden. Okay, und der Elch wird heute den Elchtest bestehen, Alter, bist du dir sicher? Okay, wie gut hast du, wie gut, hat sich der Elch zum Beispiel vorbereitet? Zum Beispiel habe ich, ja, vorgestern Abend erfahren so und dann durchgestartet mit der Scheiße so. Super, ich bin mal kurz von der Straße rekrutiert hier. Achso, du kanntest Elch davor gar nicht, du hast ihn vorgestern kennengelernt oder was? Einkaufspassage? Ich bin neulich irgendwie vor die Haustür gegangen, weil morgens ein mega Baulärm war und er war der Zimmermann, der für den Lärm verantwortlich war und ich habe eine Zigarette geschnurrt und dann haben wir uns kennengelernt. Okay, dann haut er heute auf den Hammer, Alter. Gute Sache, Alter. Lasst euch überraschen, Team Bielefeld, Feuer über Deutschland.